Hallo liebe Daubacher, Markus von Musikmoment hier. Ja, hallo ist der Toni von Musikmoment. Hier ist Tim von Musikmoment. Ja, das ist echt schade mit der Kirmes, also dass die nicht stattfinden kann. Aber dafür sehen wir uns nächstes Jahr und glaubt mir eins, ich freue mich drauf. Und das wird richtig gut. Das wird eine richtig schicke Sause. Um uns die Zeit bis dahin zu überbrücken, gilt immer das gleiche Lied. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann denn laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist es auch steilübel, wenn die nächsten Grünen gut. Bommel, Ronda, Benentheins, heute ist uns alles eins. Wir beschnatsen, noch für Wein, wir tun wirklich alles rein. Biski süß und biski sauer, Absache, wir werden blauer. Ramazotti, Ratze, Punze und ne Puddelro. Ginka, Perigron, wenn ihr hättet, ich drück das Schädel. Weht mit Donner, Kunstner, Ria Krohn, Litz, Lirio. Kommt der Frau mit dem Buja, ist schon ein Widerstoß. Und Salz können schon sein Feiern. Und wir wünschen nicht, wir kosten schon. Wir haben Grund zum Feiern. Zerflüssens auch die Därme, schenkt es uns doch Wärme. Wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille, immer mehr Promille, 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 Promille. Bis 2021 in Daubach. Bis dahin, haltet die Ohren steif, wir sehen uns.